Herzlich Willkommen zu einem neuen Race Video vom Berlin Marathon 2023 in Lineskating. Kurz im Verlauf, Kilometer 8 vor mir ein krasser Sturz, danach weiterfahren, gerade so möglich und im Laufe des Rennens auch noch einige Stürze durch, unter anderem durch geänderte Streckenführung. 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 2, 1, go! 5, 1, go! 5, 2, 1, go! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, wir haben noch nicht mehr! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wauw Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum 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 nächsten Mal. Wir sehen uns beim 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 nächsten Mal.